Tachchen Oh Amo stash in the electricity room Schauen wir mal da durch, ne wa? Ja, egal Aber, war ich hier schon? Kann man auf jeden Fall mitnehmen Okay, ich probier's Das hat sich nicht so gelohnt Naja Ich dachte es wäre was über krasses Und dann, naja Also was heißt über krass, aber Ich glaube ihr wisst schon was ich meine Oh Mhm Ja, ok Ähm Will man da rein? Das sieht so komisch aus, ne? Sparkler? Alter Slime Okay Ja, ja Tachchen Geht Alle Tutti Alter Ich Irre hier so rum Wie so ein Keine Ahnung was Pfad finde Hab keinen Plan Wo es hier irgendwie In irgendeiner Weise lang geht Guck hinter irgendwelchen Treppen Häh? Junge Was geht denn hier? Da muss ich mich erst mal verbinden Ich Löh? Teilt Ada Dann Detekt Es ist Ja Das war Das war Das war Us Ja wo ist die leiche oder hallo renner da wie immer alle machen pause dann gibt man ein paar kugeln war hey den anderen hat es komplett weg eliminiert kommt mal auf da wo ist denn der eher da ist eine wand also falls ihr da noch nicht so mitbekommen habt das gibt es auch her ja ich bin gerade ein bisschen konzentriert hat ja 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 Ah, joh. Jungs, ich will mich doch einfach nur heilen! Geht's denn ab bei euch? Alter! Kleiner Wichser! Nö, das geschieht den Rechter. Hä, kam ich nicht von hier? Nee. Uff, alter Vater. Ich werde auf jeden Fall probieren, bevor ich da hinten weitergehe. Ähm, nochmal da unten lang zu gehen, denn ich will da rein! Ich will da rein! Knistert hier schon wieder. Ich will da auch, ich will da wirklich rein, zumindest probieren, ne? Ist es denn überhaupt hier? Hier ist es nicht. Cool. Da habe ich wahrscheinlich genau die andere Seite. Ja. Das wird noch was hier. Genau die andere Seite. Hm. Komisch, okay. Schnauze da oben. Komm hier gleich mal hin da. Ich muss ja wirklich mal eine Granate hinwerfen. Ob das jetzt was gebracht hat? Keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja sowieso genug. Okay. Entweder es ist ein Bug. Das ist da bei den Pipelines. Glaub ich oben, ne? Das ist, glaube ich, oben, ja. Das ist, glaube ich, oben, ja. Das ist ein Bug. Weil da kommt man nicht so rein. Hä? Man sieht... Ja, das ist... Okay. Gut. Dann müssen wir mal gucken, wie... Was? Yo, was geht? Hey, Stalker. Help me out. Open the door to this damn cell. The controls... Was? Hallo? Slow down. Thanks, bro. You really helped me. Guys? Uh... Thanks, bro. I might prove you useful. Who knows, bro? The one who calls the shots. He has collected quite a lot of goodies. He's got a piece of key in lower level. Spät. Ähm... Aber vielleicht kommen wir jetzt rein. Also... Gut, dass wir uns umgeschaut haben. Davon abgesehen. Ne? Sonst hätten wir ihn wahrscheinlich nicht so einfach, äh... gefunden. Ja. Beziehungsweise wir hätten... Wir haben ihn eigentlich übersehen. Boah. Alter. Okay. Das, äh... Sieht nice aus. Schnauzer hinten. Hat da ja auch nichts mehr zu melden hier. Jo. Alter. Dude. Okay. Man kann, äh... Oh, nicht schlecht. Das ist auch nicht... Gut. Äh... Äh... Da unten ist Brot. Sonsten nichts. Okay. Ja. Wir haben den... Die ein oder andere, äh... Mal droppen. Den ein oder anderen, äh... Artefakt. Tachchen. Scheiße. Das sind die besten Türen. Alter. Viel zu viel. Wir haben wirklich viel zu viel. Aber... Lieber haben, als brauchen, ne? Ähm. Alter. Da drunter. Achso. So. Wem schießt denn der da? Was ist das denn? Michang. Perfekt. Eigentlich, ey, ich durfte eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Bin so überladen. Fand ich schön. Vor Brote essen. Einfach nur, weil man es kann. Oh, sag ich nicht, hier geht es weiter. Oh. Sorry. Sorry. Ja, gut. Huch. Ähm. Den hat es ein bisschen... Nee, ne? Alter, was finde ich denn hier für Artefakte? Stone Flower, okay. Also, auf jeden Fall ist wichtig, dass wir Munition kriegen. Das ist mit das Wichtigste. Und Bandagen. Aber gut, Bandagen ist jetzt nicht so wild. Aber... Man kann da eh nicht hoch. Man kann da eh nicht hoch. Perfekt. Äh. Ja. So wollte ich hier nochmal gucken. Lucky Lucky machen. Ob man da irgendeine Secrets... Oder was weiß ich vergisst. So hier lang? Oder... Wirklich klarer? Oh. Ich speichere. Sieht mir alles ein bisschen... Weiß ich nicht. So komisch aus. Hallo. So dick. Das sieht mir so richtig nach einer Arena aus, ne? Oh, es kippt. Alles klar? Oh mein Gott. Oh Gott. Hab ich mich erschrocken, ne? Was? Hey, aber ich fahre... Hä? Find the entrance to the lab? Achso. Ne, ne. Das hier. Das brauch ich. Äh... There was a scouting expedition to the dark valley. We got the... I panicked and took off so fast that I left the cannon there. Could you bring it back for me? Ich probier's, wa? Ich probier's einfach. Alter. Ich kann doch jetzt nicht einfach wieder runterspringen, oder? Was soll der jetzt? Ja, das war klar. Drinnen, oder was? Nee. Ach, hier unten irgendwo? So, Dennis, aber die Frage... Wenn's da unten ist. Wie komm ich da rein? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Weil ein Key haben die ja nicht liegen lassen, ne? Nö. Und Bandage und so'n Scheiß. Ist das hier? Achso, auch nicht. Cool. Sehr schön. Äh, ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo's weitergeht. Und... Können nachgucken unter die Ecken, äh, unter die, äh, kleinen Spots hier. Bevor ich da wirklich hinten hin renne. Äh, ich stelle ein bisschen radioaktiv aus. Ey, hier ist einfach nichts. Äh, okay, das versteh ich nicht. Aber gut, okay. Also, ich würd' wirklich ganz gerne seine Waffe mitbringen. Ja. Ohne irgendwie... Ohne irgendwie... Da ist das Ding. Okay. Na, ach Gott. Hallo. Boah, ist das schwierig? Ähm. Schön. Äh. Hallo. Kann man da vielleicht... Ah, wir müssen es probieren, ne, Leute? Ich glaube nämlich, das ist die einzige Möglichkeit, da reinzukommen. Also wirklich jetzt? Weil, äh, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Vielleicht, wenn ich... Was ist das? Was? Was? Hallo. Ah. Äh? Hallo. Ja, ja. Perfekt. Warum komme ich da nicht durch? Gibt es da irgendwie einen Trick? Ich weiß es nicht. Kann man hier hoch? Ja. Auch gut. Was kann man damit machen? Fuel can. Kann man damit... Nö. Ding ist, ich habe keine... Ich habe wirklich... Da. Wir haben ja genug Zeug bei. Da ist es. Oh. 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 Ja gut. Aber, äh... Trotzdem... ...komme ich da glaube ich nicht hin, ne? Von unten... Von unten? Von unten kann ich mir das halt null vorstellen. Wirklich. Also, überhaupt nicht. Ja, dauert halt ein bisschen länger. Ich will das wirklich wissen. Was? Hurra'em, nachherin! Was? Ja. Äh. Ja. Gut. Äh, ja gut. Weiß nicht. Dann sollten wir vielleicht einfach weitergehen. Also. Äh. Weil. Ich komme da einfach nicht rein. Das ist das Problem. Ich komme da einfach nicht rein. Denn das eigentliche Ding ist ja hier. Also wenn wir danach gehen sollten. Ja. Aber. Ja. Cool. Da kommt man auch nicht durch. Perfekt. So. Brauchen wir ein Fenster oder so? Womit war hier... Ja. Fenster, wenn es geht, auf der Seite. Da, wo wir auch raus können. Sieht doch schon mal anders aus. Schmeckt da nicht aus? Was? Doch. Besser ist es. Besser ist es. Wir gucken hier einfach nochmal. Aber im Großen und Ganzen ist hier eigentlich nichts. Nö. Für das eine Anomalie. Aber. Wir gehen da hinten nochmal reingucken. Halb am Dying. Was? Oh. Da. Hey. Warum verbraucht er denn so viel, Junge? Los mit dir. Wo stirbst du? Doch. Das war schön. Das war Blobzucker. Hachchen. Kollege. Thanks. You bailed me out for real. If you're long enough, see you again. I'll try to pay you back right now. All I can spare is Josy tip. Isatara set up a camp. One of them is selling girls drive for real cheap. Just say, huh? Okay. Oh ja. Udi. Sieht es denn eigentlich aus mit. So Stuff. Wie dem hier. Brauchst du sowas? Ich schenke dir das auch. Gar kein Ding. Aber. Brauche ein bisschen. Platz. Ach du heiliger. Naja. Naja. Ah, der hat echt. Raum ist hin. Safe. War das ein Blattzucker? Ich glaube schon, ne? Man hätte natürlich auch die Leiter hochgehen können. Ah, es wäre zu einfach gewesen. Gut. Ja. Wir müssen da hinten hin. Was ist hier in dem Häuschen? Einfach nur ein Viereck. Gut. Hätten wir das auch? Was kickt da rein? Keine Ahnung. Würde ich nicht wissen? Ich glaube nicht. Das wird spannend. Hallo. Oh, nee. Oh. Junge. Alter, gehen die mir auf die Nüsse. Ja, natürlich. Genau jetzt muss ich nach. Ich loote die trotzdem. Zumindest. Wenn ich davon Sachen gebrauchen kann. So wie Mady Packs. Ja. Das andere. Ah, was soll ich mit dem Scheiß? Wirklich. Oh, ihr kickt's rein. Wisst ihr was? Ist alles aber nichts, äh... Gutes. Perfekt. So lobe ich mir das. Äh, ja. Der hat bestimmt auch nichts Besonderes. Genauso wie der da. Wenn ich ihn überhaupt noch finde. Hier. Ah. Gut. Was rattert denn hier so? Oh. Das rattert so. Das rattert so. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020